Tico rietisch kann ich Pulver ist ein und davon auch nein kann ich nicht D D das vielleicht auch noch nicht in sie verwendet kein D Worte er war Hallo und herzlich willkommen zurück will ich hoffen denn was würde bedeuten der Notoka hat mich gehauen nein Quatsch ihr habt letztes Mal zugesehen ähm ja ähm letztes Mal habe ich schon gesagt ich will mein Jetpack weiter bauen vielleicht schaffe ich es heute ich brauche jedenfalls Invar und das ist gar nicht so leicht zu besorgen und was machst du so Notoka? Boah ich werde jetzt mal unser Atomkraftwerk ein bisschen fordern ich glaube ich brauche mein das woanders ab bitte ich habe Angst vertraust du mir etwa nicht vollkommen doch aber dem Atomkraftwerk nicht wir haben es gesehen Hiroshima und so das macht Sinn ja doch hast recht jetzt muss ich das noch mal alles sieben äh hauen sieben hauen sieben hauen nicht sieben stein sieben hauen so herrlich Iron or Sand das muss ich jetzt erst zu Dust machen dein Einsatz in der Hohen beißt der Dust ich schieb mir erst mal ein Himbeer Sandwich rein oder zwei lecker ich habe auch noch die Reward Bags haha willst du eine Fishing Rod haben die explodiert ne ja fick dich das ist so ein Drecksteil Cherry Jelly aber ich glaube der Brainiac hat in der vorletzten Folge so auch sowas gehabt ja und hat dann aber direkt auf einmal auch vier Fische bekommen das fand ich eigentlich ganz cool okay dann geh mal in Deckung nein wo bist du? bist du weg? Kinsey das sprengt ein Loch im Boden das weißt du äh wie Quatsch Explosionen können doch nicht sprengen ja die schon echt? ich habe gerade hier meine Options vom Radar wie war denn das? dann kommt das in die Handelskiste genau ich geh mal eben zur Handelskiste ach die werden mich hassen die werden mich so hassen aber ich kann mir den Spaß nicht nicht lassen ich muss es machen oh man ich kann nicht einfach ich kann nicht anders ja die Leute die Minecraft spielen ja meine weichen Beleuchtungen sind aus sonst würde es noch mehr ruckeln oh armer Kinsey weißt du ich habe auch das große Bedürfnis den Weihnachtsbaum zu begradigen der ist einfach sowas von schief geworden oh apropos Weihnachtsbaum oh was habe ich jetzt getan äh ich habe in einem anderen äh in einem anderen Game auch einen Weihnachtsbaum gebastelt das hat äh Spaß gemacht hm ich hab gedacht ich muss das ja mal nachholen ach da kann ich auch noch ach da kann ich ah ein Cherry Jelly Sandwich draus machen aha will ich aber nicht oh da ist was Gutes für ein Kinsey Kinsey guck mal ich kann dir was ganz tolles zeigen sag mal hattest du schon mal ein Epic Reward Bag? ich habe gerade einen bei mir im Inventar gefunden hm Epic sag mir jetzt nix ne 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 Potion Flask toll wie episch nicht oh da ist was drin Invisibil- Invisibility 5 Minuten 20 ja trotzdem jetzt nicht so der Burner also finde ich ich kann nicht mobben er hat sie natürlich direkt benutzt ne nein ernsthaft Kinsey nein habe ich nicht wie kommst du darauf nur so Kinsey oh er kann mich sehen guck mal ich zeig dir mal was komm mal her ja was denn du musst jetzt nicht mehr immer rein laufen weil komm mal her komm mal her zack wir können auch von außen drauf zugreifen wenn wir da reinklicken ach das ist ja mal richtig cool das finde ich gut du musst nicht immer außen rum laufen das finde ich sehr gut deswegen sagte ich hin sie hier passt du auf ja echt gute idee hast du echt gute idee hast du echt gute idee hast du echt gute idee whatever das auch meint ah die verkackten Bienen hier ich muss echt mal gleich Bienen züchten die mich nicht pieken oh ja mach das mal wäre geil wenn das wirklich geht nur die Tropical ja nur die Tropical Bienen sind aggressiv und schlecht glaube ja ja ist naheliegend ne wenn du im Oberwald bist dann würde ich auch auf Bienen aufpassen so zentrifugieren wir mal etwas so viel Sand pulverized iron und jetzt ist es aber dann dust yes it is dust now i can crush it i'm so happy right now äh crushen willst dust crushen mit 7 angeblich ähm weiß ich grad gar nicht also ich glaub das kann überreißer ich glaub 7 ow aber dust ist doch schon die letzte Stufe ja ich glaub nicht so ganz ja ich warte mal ich drück mal u auf dust oh putti 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 zack smelting smelting redstone ferments smeltery shapeless crafting hä ich muss nochmal bei Inva gucken ey ich bin verwirrt da ist nichts neues da ist ja klar dass das kommt du kleiner sack du bitte was habe ich sack gesagt ich meinte natürlich äh du hast du hast sack gesagt naja ich meinte natürlich sack gesicht ah ja gut dann das verstehe ich ja mach doch viel mehr Sinn so oh ich hab ja hier noch ein oakwood und ein limestone den limestone den limestone möchte ich nicht und schmeiß ich hier von der plattform tschüss limestone achja ferrero ist immer metal und das kriege ich aus iron or dust im pulverizer aha da kommen dann noch aus dem dust kommen auch nochmal zwei pulverized iron raus das heißt man kann es also vervierfachen mit dem pulverizer und der tinkers schmelze sehe ich das richtig mhm nein das probiere ich nochmal ich glaube es geht nur einmal ich muss es ja sowieso crushen bist du wrestling crusher die reste pack ich so in die schmelze warte mal das oh oh ach das ist ja auch schon pulverized iron naja gut macht käschen macht käschen k k oh jetzt haben wir ganz viel iron drin kann man aus gras eigentlich auch cover erstellen ich denke schon ne ähm moment mal probieren mal probieren hab ich die gar nicht hab ich die da bin ich jetzt total blöd ja ich bin blöd ja hab ich das ach scheiße ja falscher apparat ja oh man oh man 22 müssten reichen um ein bisschen ferröses metall zu bekommen oh ich brauche erde wo gibt es denn erde bestimmt beim kinzi im keller oder ja ich denke da gibt es noch ein bisschen da ist alles voll mit holz da ist alles voll mit holz oder holz und rubber deine drei großen kisten hier unten sind übrigens alle voll ja ich weiß ja ich weiß aber was willst du machen ich kann nicht immer wieder immer nach unten rennen und lernen ja dann mach halt mal ein gescheites system da musst du dich auch noch mehr kisten dahin bauen bin ich gerade in sludge gefallen was habe ich jetzt weakness, wither und nausea wow party wenn man in sludge reinfällt kriegt man voll die coolen halos ja das wabbelt alles so ein bisschen oh yeah baby doch doch kein innen war ey cool man kann wirklich das ist ja abgefahren was denn man kann aus dirt wirklich covers machen und grad ziemlich cool dirt cover es ist die frage ob da drauf auch gras wächst das muss ich jetzt mal raus probieren wenn sie es in den hopper gefallen ich verstehe das nicht da müsste doch langsam mal ein in war durchkommen iron or dust von ex nihilo oder ach du hast den gelben ausgang unten gemacht na du bist ja ein fuchs mhm na jetzt rall ich ach so ja 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 der geht an zwei verschiedene stellen ja gut das stimmt dann würde ich da jetzt mal u und dann müsste da ja in war bei rauskommen ja in war blend ich brauche dazu noch iron dust und ähm pulverized 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 iron okay habe ich ja genug habe ich ja genug aber schon komisch mal gespannt naja wie dem auch sei genau bei bb bb cookies also es geht anscheinend nicht im eigenen crafting menü so die sind alle die sind alle ähm gedingspunkt jetzt die gleichen ne das reicht an in war ich würde es hoffen so jetzt nämlich eine ganz schöne tortur das herzustellen mal gucken geht das hier ja hier geht's gut neun in war blend es wird nicht reichen glaube ich aber theoretisch kann ich pulverized iron davon auch nein kann ich nicht Deo 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 hat das vielleicht auch noch hier Kinsey verwendet kein Deo what the fuck er macht kein Deo hm ich mag den song so ich möchte jetzt etwas bauen etwas bauen schauen äh da 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 haben wir noch Leadstone äh Energie Gedöns ja nein vielleicht Leadstone ja haben wir ja Mainz joink da Kinsey äh ja ich hab mich grad unterhalten sorry ja alles klar meine süße kam grad nach haus deswegen ja ich hab's gehört schönen grüße an dieser stelle schönen grüße an dieser stelle grüße an grüße an grüße an grüße an doch Bronzegold Klaas ja wir spielen grad ja wir haben auch eine Aufnahme du bist grad voll reingepletzt Tonka Bronze äh ja ja das kommt vor den Westen das passiert den Westen was wer was wann in Aufnahmen platzen in Aufnahmen platzen P-p-p-p-p-piston äh Alu Redstone wir haben doch einen Inductionsmelter ne ja weil ich da ja ähm drei Inva Blöcke aus einem Ferreres Inva äh aus einem Ferreres Inva äh aus einem Ferreres Inva äh aus einem Ferreres Inva bekommen aber ich glaub nur ein Induktionsschutz kranение ja ich mach mir noch ein bisschen crushed Gedöns äh Staub und Sand und hast du nicht gesehen Öhhh so hell heck is going on die düdüü da die düdü die düdü noch ein red steinchen so okay dann hauen wir mal rein Jede Rats-Tönchen gibt ein Tönchen. Schlechter Wort. Ja, war okay. Aber so, wenn man es nicht jeden Tag hören muss, ist es okay. Oh, wir haben sogar noch einen Block auf Aluminium. Sehr schön. Dann nehmen wir auch mal einen mit. Ein bisschen a la Sarasadewitz. Keine Ahnung. Komisch nicht. Was? Echt nicht? Ne. Ich mag ihn. Ohne Scheiß. Ich auch entdele mich jetzt nicht an irgendwelchen anderen Videos. Da erscheint sich der Geister. Ja, was? Hallo? So, noch mehr Iron-Own. Pulverisieren. So, jetzt habe ich 15 Ingnots. Induktionsschmelzer. Jetzt brauche ich aber erstmal die Inveignets, meine ich. ich muss ja gar nicht mehr außen rumlaufen das ist gut dass wir hier den durchbruch haben nächstes wäre egal gewesen ob ich jetzt selber mische oder und schon grad sagen du hast da irgendwie kacka gemacht ich dachte ich könnte mehr in war rausbekommen aber ich brauche doch noch mehr das gibt es doch gar nicht das ist voll die eisenverschwendung wo du man verliert eisen dabei wenn man in war erstellen möchte ja kommen jetzt geht es nicht was fehlt mir noch normales glas okay ich glaube ich brauche aber okay für die beiden steam deiner muss und brauchen die überhaupt immer bist du gerade auf der anderen seite auf dem terminal am arbeiten ja wieso wie witzig warte mal warte mal warte mal ich muss mal kurz noch mal das jetpack angucken das habe ich mir letzte folge zuletzt angeguckt so leadstone jetpack dafür brauche ich blei leadstone flux kapacitator dafür brauche ich blei und kupfer und redstone und sulfur oder mal so fuhr haben wir ich brauche gar keinen ich brauche gar keinen ach so war es ist das alles und nur krim m nähe ich mache dann brauche ich gar keinen in war naja haben wir was nicht da reinmachen et mord und gehen du es trieger sind die dinge ups ah ok es gibt wieder mega vom notoka wenn er das nächste mal merkt hätte was habe ich gerade wieder laut gedacht scheiße ja was wollte ich jetzt gucken ist dem dein namen kopper 17 4 coole sachen 9 könnte reichen könnte reichen ich habe einen industriellen bienenstock gebaut sehr schön nach quatsch nein nicht quatsch habe ich gerade wieder falafel gesagt ich idiot jetzt habe ich mir das gerade selbst versaut man jetzt brauche ich körper das nervt mich manchmal ein bisschen hier weiß gar nicht so leitet die erzbeschaffung krieg plack plack krieg da richtig plack nein nicht zwei steaks ein steak rechtsklick war das meine güte kinsie 30 zusammen so broken körper 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 16 stück rein in die schmelze arbeitet das ding hier jetzt mit was verbindet sich denn verbindet sich nochmal körper alles ich hoffe nicht keine ahnung nilium oder so ist noch körper drin also dürfte nichts passieren was nein das rein damit körper körper wo ist körper da vier ignots hol ich mir mal die ignot äh karscht karschten so körper mein körper alles meins körper körper nach mann blöd solchen ohrwurm viele wieder das ist echt so ein ohrwurm ohrwominator kannst du triggerst mich genau mit den richtigen songs oh yeah baby yeah benimm dich ich schien stehen noch irgendwo ist an sonst sonst das sind und das sind breitst und künstliche der braucht selber wenn ich mich in den ich glaube ich hoffe wir haben so jetzt haben wir uns die Kopfer wieder in der schmelze habe ich doch gut gemacht toll er kennt sich so toll der kakti hat mich gestecht red kann man natürlich nicht da hey verdammt ich wusste es die kammer mehr nicht ich wollte gerade silber schreiben ich muss natürlich silber schreiben oh god so jetzt brauche ich redstone den haben wir bestimmt nicht wenn wir das dahinter oh ne rose red wir haben keinerlei redstone mehr doch nicht im system ja aber in dem in der tonne da sind noch vier glaube ich also auf jeden fall noch welche ja ein neunundzwanzig redstone 29 ja 29 die nehme ich mir alle hallo 29 redstone willst du mich verarschen die comments system keine angst schwenk ab so jetzt habe ich eine redstone transmission call ich glaube ich habe alles beisammen außer meine nerven natürlich da ist er so es im system online da muss ich halt was war das das den da war so ein seltsames geräusch ach das war glaube ich mein handy ach so ja so ähnlich hat es nicht angeht na komm so steam dynamo sehr schön moment mal ein steam dynamo ich brauche insgesamt vier falafel nochmal muss ich mir gleich noch ein bisschen copacabana holen so ganz naja egal aber du kannst ja auch mal machen wir sind schon wieder am ende ja ich bin auch am ende vielen dank fürs zuschauen sorry dass ich heute nicht so viel geschafft habe war ein bisschen durcheinander und so mit dem der ganzen rezepten die ich nicht so gut kenne vielleicht wird es nicht mehr als sonst ja nicht mehr als sonst da hast du recht vielen dank fürs zuschauen habe ich erst gesagt gut dann bis zum nächsten mal macht's gut Tschüss.